Was ist eigentlich kommunale Partizipation? Wie könnte unsere Stadt noch lebenswerter werden? Wer das besonders gut weiß, sind die Menschen, die in Bielefeld leben. Denn ihr seid unsere StadtexpertInnen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Grünflächen attraktiver zu gestalten, fragt die Stadt euch und bittet um eure Mitwirkung. Welche Ideen habt ihr? Gemeinsam machen wir Bielefeld noch schöner. Gemeinsam geht vieles einfach besser. Deshalb wollen wir eure Meinung, eure Vorschläge, eure Partizipation. Anderes Beispiel. Die Stadt plant in eurem Viertel die Umgestaltung einer Straße. Was ist euch dabei wichtig? Bringt eure Ideen ein, gestaltet mit. Wenn sich viele aktiv bei städtischen Planungen beteiligen, gewinnen wir alle. Nicht immer wird alles möglich sein, aber darüber reden wir dann auch. In einem offenen und transparenten Dialog. Darum also geht's beim Thema kommunale Partizipation. Macht Bielefeld noch liebenswerter. Informiert euch. Macht mit. Gestaltet mit. Musik 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 Musik